Was macht? Nacht 3! Und dann überspringst du? Ja, will ich! Du willst Nacht 3! Night 3! Also wir cheaten uns jetzt in Nacht 3! Wir haben ein geiles Leben! Ein richtig geiles Leben! Also diese Scheißfliegen da hinten! Die poppen die ganze Zeit! Der Typ bewegt sich ja nicht mehr! Nein! Nicht töten! Ich will sie nicht töten! Ich möchte sie berühren, dass sie abhauen! Nacht 2! Ich fick einfach im Leben! Oh Gott, ist das geil! Ja, Leute! Nacht 2! Weißt du wie man das spielt? Ich weiß genau wie man das spielt! Weißt du das auch mit der Maus und so? Ich wollt das auch mit der Maus! Oh Gott! Das ist doch sehr gut! Nein, nein, nein! Ah! Alter, diese Scheißfliegen! Wir haben hier so ein Fliegenpaar an meiner Decke sitzen! Und die poppen die ganze Zeit durch! Ja, jetzt ist doch wie gesagt jetzt! Ja! Ich darf jetzt einfach nur zu sehen und gucken, dass der arme Typ sich... Oh, das war mein Handy! Hey! Ich hab mir schon gesagt, was für ne fucking Musik! Ja! Ich Hummel und nen Kaffee! So verarscht! Ist das denn er? Ja! Ich suche einfach mal die Tasse von heute morgen! Alter! Ist das zu Kaffee? Ihr seid sehr wackelig wegen! Junge, du musst spielen! Alter, hier sind so viele Scheißfliegen voll! Ey, wie komm ich nochmal hier raus? Aus, aus dem... Was? Ja, komm rein! Okay Leute, ich bin da! Oh nein, es hat sich schon einer bewegt! Ich! 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 Ja... Ohhhh Fuck! Was ist denn? Sie steht im Dining Area. Was ist das schlecht? Ey Leute! Falls ihr euch- Nein! Die Kamera ist ausgefeucht! Schüter bewegt sich! Ja, geh auf der Kamera aus! Dann geh da mal rein! Ähm... Weiß er jetzt die ganze Zeit Schläge gebracht? Das bin ich! Wegen Fliegentöte! Brauch! Ich hab dich getroffen! Rauhau heute ist das Schicksal ich hab' kein Schicksal er ein ich bin so ich bin so schlecht das war meine Mutter gegen die Autos Jop ich hab' meinen Daumen nicht gewonnen doch ey sollt' das Fick'n ne Polio umtöten? ooooh Es kann ja keiner rein. Ey, aber dann verlässt du doppelt so schnell Strom, Junge. Das ist mir egal. Ey, dann wirst du wahrscheinlich von Freddy Gems. Alter, vorhin waren hier 30 Millionen Fliegen. Und die fliegen nicht jetzt zu drum. Oh, nein, ich flieg. Scheiße, Mist. Ey, bis du fliegst, tot. Oh, die Mausspakt rum. Ich weiß, gehst du hoch, puste von unten an und weiter. Oh, Junge, ich trau mich nicht, ich werde das spielen, Mann. Echt? Creeper, übernimmst du mal kurz. Alter, fuck. Nein, du machst das jetzt. Ich hab mir jemandem gesagt, let's play, die ganze Zeit erstreckt. Jetzt, wenn du dich quälst. Ich will hier fliegen im Morgen. Ich war ein zweiter Kilo. Ah, Leute. Wo ist sie? Wenn du so einen Stöhnen hörst, dann hast du gelitten. Ich überschritte. Okay, Leute. Schau auf die Kameras, schau auf die Kameras. Unten links. Äh, unten rechts. Hier. Unten rechts. Wo? Ganz unten rechts. Hier. Nein, das ist rück-links. Da? Ja. Was ist da? Drück doch einfach drauf. Was passiert jetzt? Gar nichts. Ich will nur gucken, ob da Chica ist. Okay. Da ist sie nicht. Mach eins hoch. Okay. 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 Oh, schweiß. Nächster. Niemand. Mach die Kamera runter. Fick dich. Oh, Mann. Ich will nicht weiterspielen. Junge. Leute. Scheiße, schweiß. Ich glaub, ich hätte dich übergehen. Oh, fuck. Will, soll das werden wir in die Creepy-Zeule spielen? Creepy-Hunter. Ja, 3-4 ist der Creepyste. Okay, Leute. Ich mach mal. Verlassen. Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts, Leute. Niemand bewegt sich. Da hat Chica einen auch nicht amorten. Oh, fuck. Ich hoff... Wir hoffen einfach, dass die Zeit schlau wird. Ich schiebe doch einfach. Ja, ich schiebe und sag... Oh, ich hab's doch geschafft. Leute. Alter. Ich kann nur Teil 2 wrinken mit der Maske. Ob ich zack, weil ich zack, dass er nur auf dem Tablet hält. Boah, siehst du hier diese ganzen Schuze? Ich... Ich... Ich kann nur Teil 2 wrinken mit der Maske. Ich kann nur Teil 2 wrinken mit der Maske. Was ist jetzt? Scheiße! Oh, fuck! Scheiße! Scheiße! Gott! Boah, ich bin ja jetzt auch gar nicht mehr an den PC gegangen. Ich bin ja jetzt auch gar nicht mehr an den PC gegangen. Oh man, solange wir keinen stillen hören, sind wir eigentlich noch sechs. Hey, und kann doch eigentlich keine Anzeige etwas machen. Doch, wenn die langere Vorließe in Reisenszünden versetzt wird. Scheiße! Ah, was war denn? Wer war denn das? Das war schicke! Oh, fuck Leute. Okay, ich würde sagen, der Lippe. Eins, zwei, drei, vier Creeper-Zocken. Leute! Wir sehen, der Typ hier ist sehr sehr männlich. Ich habe das gesamte Spiel durchgestanden. Aber er war da drin. Ja Leute, ich habe wirklich schwache Nerven. Ja, den man. Ähm, wollen wir uns... Geh mal rein, geh drüber rein. Da kommt doch jetzt so komisch ein Teddybär dir so... ... Ich weiß nicht, wieso wir uns das eigentlich antun. Wieso spielen wir nicht einfach die Story ohne die ganzen Trash Slumscares? Ja. Mein armes Herz! Leute, ich bin einmal fast wirklich zusammengebrochen. Er ist vom Stuhl gefallen, weil er sich so erschreckt hat. Ich glaube, das war bei... Fredbear? Was für Fredbear? Nein, das war bei Bonnie. Ja. Er hat so mal... Und ist vom Stuhl gefallen. Ja, mich hat man aber nicht gehört. Äh... Naja. Los, komm! Spielen wir! Nacht 1? Ja, dann mach mal nachts eins. Hä? Was zur... Kannst du auch cheaten? Nein! Ich habe das Spiel gerade eben schon mal geöffnet. Und dann bin ich außerdem auf New Game gekommen. Geil! Kannst du nicht cheaten? Nee. Hier nicht? Nein. Oh. Glaub ich. Ja, ist doch eigentlich jetzt... ein Spiel aus... Warte mal! Das schlitt! Das schlitt!